Ja, da wurde ich kurz unterbrochen, aber ich hoffe es ist nicht so schlimm. So. Hm, vielleicht hat der eine bessere Waffe? Ja, hat er. So, das hätten wir schon mal. So, wir gehen einfach mal hier weiter, wieder zu unserem tollen, wie heißt das, Buggy, glaube ich. Achtung Männer, wir sind in einer Notlage. Ja, ja, ja. Wenn das Video vorbei ist, sehen wir uns wieder. So, hier sind wir, gleich ist vorbei. Ich meine, bei so einem Landeanflug, ne, der so lange dauert, selber schuld. Aber am besten ist echt der Breed-Solder-Arter, der die ganze Zeit gegen das Gebäude schießt hier. Okay, machen wir. Und der hier ist jetzt mein bester Mann. Oh. So, ich steige mal gerade aus. So. 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 Mal gucken. Der Gunner muss unbedingt aus dem Weg hier raus. Und ich brauche die Sniperin. Nein. Falsche Waffe. Entschuldigung. Da ist auch noch mehrere. Scheiße, ich brauche den Gunner wieder. Oh Mann, ey. Und ich brauche die Sniperin. Ja, der eine ist tot. Wir sind nicht mehr so gut dabei. Ich hoffe, wir können es trotzdem noch schaffen. Aber hier liegt Munition und Leben und alles ist wieder gut. Ich wollte eigentlich die mal nachladen hier. Ach, geht nicht. Okay, kann auch so krumm um die Ecke gucken. Wie kann ich die Waffe nochmal wegwerfen? Ich würde die nämlich jetzt gerne mal entfernen. Erstmal speichere ich ab, dass ich noch lebe. Und dann Steuerung, Charaktersteuerung, Waffe ablegen ist Y. Mal sehen, ob das so klug war jetzt. Aber... Lalalalalalalalalala... Verdammt, die Breed haben Verstärkung geschickt. Ja. Okay, jetzt wird's hart. Steht da eigentlich hinten noch mein Wägelchen? Falsch ist, wenn ich ja auch nötig schwer gemacht habe. Denkt ja, man sieht ihn nicht oder so. Okay. Ich werfe die Waffe weg und nehme die Breed Waffe, weil da gibt's eindeutig mehr Munition. Und los geht's. Auf ins Gefecht. Auf ins Gefecht. Auf ins Gefecht. Vielen Dank.